Was ist das da eigentlich? Wenn ich sie da rausnehme, dann geht's da wieder weg. Und darum, hab ich darum was vergessen vielleicht? Muss ich aber nur blind fahren? Ich glaub nicht, ne? Ich glaube nicht. Nö. Okay. Wie funktioniert das denn jetzt? Denk mir eigentlich jetzt so. Naja. Gucken wir mal. Gehen wir jetzt endlich. Ja. Ich will auch gehen, aber. Irgendwie... Ich verstehe das nicht. Wie man einkommen soll. Tom. Man muss ja hier irgendwie hochkommen. Ich will rausgucken. Hier war ja kein anderer Weg hoch. Hier war ja zu. Ach, da bist du. Warum rein der sonst eigentlich mein hinterher? Hä? Warum zur Hölle? Was passiert dann? Kann auch nix. Aber wie komm ich da jetzt so hoch? Gestern hab ich da oben ja nix. Eigentlich. Es war ja nur da heranzukommen und das wegzumachen. Muss man das jetzt verstehen? Muss man das jetzt verstehen? Oder muss ich ihn hier hoch? Okay. Ja. Natürlich. Ja. 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 zum boot zurück ganz wie zu hause ermöglichen sie den lichthalben ermöglichen sie den lichthalben die heimkehr zu schnell weg was haben wir eigentlich noch hier ja das war ja das keine ahnung er wird zurückkommen okay die laufen jetzt überall drauf um verstehe dann gehen wir so zurück wie wir gekommen sind zum aufzug okay müssen wir wirklich wieder hier runter siehst du einen anderen weg also abwärts mal gucken was auch noch so passiert okay das ding ist offen jetzt drei von sechs ich weiß ich weiß es auch ich will nur mal gucken ob wir hier irgendwas vergessen haben aber scheint nicht der fahr zu sein nö okay dann gehen wir den anderen weg lang wie wir ihn immer wegrempeln na toll jetzt sehe ich kaum noch was es gibt licht das muss reichen hat uns jemand eingesperrt was passiert doch gleich benutze deine pfeile wobei nichts ist da in da das und das du 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 einmal abbrechen die auf mich warum die einfach auf uns die andere eben okay du bist weg okay meine güte ist die nervig dann weg mit dir was bist du nervig aber war so klar dass da wieder welche auftauchen nach oben halten könnte ich sehen wohin ich schieße nutze deine ohren passt dich an mach ich ja oh tschüss okay was sind das für dinge geht halt noch nicht wenn das noch nicht an ist dafür brauchen wir jetzt mal den kristall zack hat ihn aber auch nur zweimal getroffen kann das sein voll vorbeigeworfen tschüss voll dran vorbeigeworfen okay das ding ist immer noch dann kriegen wir das ding denn auf okay was ist das denn hier nach da oben und gegner drin natürlich und tschüss den brauchen wir nämlich ist ja noch was drin ganz schön dunkel und ich hoffe mal auf youtube ist das selder und wo gehen wir jetzt hin Kriegsbeute wo wir jetzt hingehen wirst du gleich sehen ja dann müsste ich eigentlich auch mal machen willst du den kristall auch wieder überall mit hinnehmen wenn es sein muss dieser knirp sei willst du das willst du dies willst du wie ihn es da unten haben wir auch noch einen wo wir reinpacken können kommen wir da überhaupt hin von da aus ich würde es aber gerne erstmal da drüben reinpacken das kann ja nur Stunden dauern bis wir da drüben sind und langsam wieder läuft naja was soll jetzt ist es eben so du 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 so ups fach ich ja genau ok b e f keine ahnung woops woops Ok Okay. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Dabei waren die anderen noch zurückgesetzt. Hm. Okay. Naja. Schuppenruhen, Schulterpanzer. Nö. Das für Finn ist halt so rein zum Müll. Naja, aber durchs Abgeordnete und so kriegen wir halt neue Sachen. Geh mir her. Nimm mir die wieder mit. Und schleiche ich mir da vorwärts. Die, 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 die. Können wir jetzt weitergehen? Können wir jetzt weitergehen? Können wir jetzt weitergehen? Würdest du denn immer mit dir rumschleppen? Können wir jetzt weitergehen? Da ist nix mehr. Junge, da will ich der Kleine sein. Komm her. So. Okay. Ich freu mich immer noch. Das Ding da. Das ist doch nur einer. Oder es sind... Ne, eigentlich ist es nur ein einziger. Mir ist es heftig von den Dingern ja nicht. Ich spiele aber schon hier eben, ne? Das geht nämlich nicht. Ich weiß es aber nicht wie. Wie. Fuck. Endlich. Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Jo. Ich will jetzt mal da drüben rein. Ich glaube, da war noch was. Ich denke, ich habe das gesehen. Ah ja. Ich verstehe. Hups. Also los. Das ist das Ding, was ich haben, heute. Knifflig. Echt knifflig. Und da ist die letzte. Natürlich. Natürlich. Ich hätte ihm auch viel früher holen können. Passiert. Noch einer. Ich mache mal in den anderen Raum noch einen. Ich glaube, da war noch was. Mach es auch so. Zack. Ich bin der Meinung, da war noch irgendwas drin. Natürlich war ich ein Tick zu hoch gezielt. So wie immer. War hier noch was? Genau, jetzt sind die Dinger hier auch offen. Hier ist nix. Hier haben wir das. Fehlt nur noch eine. Hier ist nix. Wo ist denn die letzte? Nenn wir doch nicht den Weg, dann schubst du die auch nicht um. Und passiert das auch nicht. Zack. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Da liegt noch ein Lebensenergie rum. Hier sind die jetzt auch offen, ne? Ja. Hier haben wir nix. Das letzte? Nö, natürlich nicht. Natürlich noch Huxleyber. Wenn wir jetzt nicht brauchen, dann ist es egal. Was ich eigentlich zwischendurch mal machen könnte. Nochmal speichern. Schon ein bisschen zu lange her. Ja. Stunde. Ah, hier hat mir das schon geholt. Okay. Hm. Hoffentlich finden wir die andere Maske noch. Oder das Kriegsding. Nichts. Bist du? Hm-mm. Nee, vergesse das. Hm-mm. Nimm mal Penner. Ich seh dich nicht. Ich will wieder sehen. Nein, vergib uns. Komm zu mir her. Aber jetzt sehe ich wieder nichts. Natürlich nicht. Hallo. Autsch, jetzt sehe ich wieder nichts. Wo ich natürlich drin war. Gott, ist der Typ nervig. Ist der Typ nervig. Was ist der Typ nervig? Autsch. Warum weiche ich eigentlich nicht aus? Warum weiche ich nicht aus? Dieser Typ ist nervig. Deswegen ist sie leben. Ich lass sie mal liegen. Bist du. Da bist du. Was ist der Typ nervig. Autsch, jetzt hat er mich getroffen. Was ist der Typ nervig. Was ist der Typ nervig. Ob ich ihn getroffen? Nein. Oh, dieses nicht sehen. Das ist halt echt nervig. Da bist du. Da bist du. Oh nein. Oh nein. Boah, das hat die natürlich da macht, mich krapeln. Natürlich, der kleine trifft halt. Ne. Toll. Komm her damit. Kleiner Penner. Gott. Wo ist er denn? Junge, war ich doch mal aus. Nein. Was hat er gesagt? Es war ein, ein schwerer Fehler. Okay. Haben wir den Falschen geholfen? Ich... Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Ein Zorn des Wolfes, Rundbeschwörung. Ich schwöre einen Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Okay, das ist cool. Rundbeschwung. Sie haben Rundbeschwung erhalten. Rundbeschwung können in Waffen- und Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie X gedrückt, um Rundbeschwung zu aktivieren. Okay. Cool. Der macht nix. Können wir gerade wohl noch nicht machen. Aber irgendwas haben wir doch noch bekommen, oder? Das war doch nicht das einzige Ding. Rundangriff. Das Betäuben. Hältst Berührung. Hm. Ach ja, wir können die Dinger auch verbessern, ne? Haben wir halt auch noch nicht gemacht. Machen wir mal so. Hier haben wir das. Was war das? Ich glaube, das ist besser. Okay. Können wir die noch... Ne. Haben dafür nix mehr. Also nicht mehr genug. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Hm. Atreus. Vergiss es. Na schön. Okay. Oh. Aber hat er ja recht eigentlich, ne? Ich muss mal was gucken gehen. Ist da eigentlich irgendwas? Wahrscheinlich nicht der Fall zu sein. Ich will mal nochmal da hinten einmal hin. Da, wo wir nicht weiterkamen. Vielleicht klappt das ja jetzt. Naja, jetzt gucken kann man ja nicht. Ist das drauf? Hm. Ich kann mir das mal gucken. Gucken, gucken, gucken. Kommen wir denn da jetzt hin? Hups. Das war knapp. Äh. Oh, Junge. Geh mir doch nicht auf den Nerven, Leute.